Die Stimme hat nun einen manischen Ton angenommen und du hörst ein metallisches Knarzen aus dem Inneren des Konstrukts. Hier ist die Tür, sei frei. Hey, du hast recht, sie ist offen. Die Kreatur macht einen schwankenden Schritt nach vorne. Ein gräßes Lichtstrahl aus der Hülle des Konstrukts hervor. Ha, lebe wohl fremd, ich bin frei. Ich bin frei. Kein Kreatur kann mich behalten. Ja, plönk. Das war nur Kupfer. Und ein bisschen Blutmus. Ja, da hat ein Entwickler wieder etwas Humor. Oh, und hier habe ich sogar was übersehen. Da ist aber nur wieder Kupfer. Ja, aber bevor wir in die Werkstatt gehen, werde ich erstmal ein Save machen. Bei Werkstatt heißt wohl, hier ist entweder ein großer Bosskampf oder irgendwas anderes, was wir falsch machen könnten. Das ist Galvino. Hey, der hat sogar ein Porträt. Galvino, ein älterer Mann, sitzt über einer unordentlichen Schreibtisch, gebeugt im hinteren Teil der Werkstatt. Ein Fleisch ist eng über dünne, zerbrechlich wirkende Knochen gezogen. Nur an seinem Hals hängt ein Esfaltig herab. Er wendet sich um, als du eintrittst, ein zorniges Stirnrunzeln bereits in sein zerfurchtes Gesicht gemeißelt. Back again. I told you. Schon wieder da, ich habe dir doch gesagt, er zögert und blickt dich mit zusammengekniffenen Augen unter verschmierten und verstaubten Brillenglasern an. Natürlich, eine neue Nährin, welche den letzten Namen ersetzt. Warum kommst du wohl in meine Werkstatt gestampft? Er zieht seine Worte in die Länge und mustert dich von oben bis unten. Ein verächtliches Lächeln huscht über sein Gesicht. Ich habe Fragen zu Dürgans Batterien zur weißen Esse. Nicht in diesem Ton, alter Mann. Du scheinst es bereits zu wissen. Ich verkaufe falsche Zähne. Ich habe gehört, du könntest ein neues Gebiss gebrauchen. Wie nett. Was waren das für Dinge? Meine Arbeit und dem Lärm nach zu urteilen, hast du sie wohl zerstört. Er blickt dich zornig an. Ich bitte dich, Galvino, sie waren nicht dein bestes Werk. Er lacht. Die Stimme heilt aus dem Inneren der Golem-Frau wieder. Und du bist? Ich sollte dich für Parts schmelzen, Amora. Wie dem auch sei, dich räuspern. Habt ihr es dann? Ich bin nicht gekommen, um mir euer Geplänkel anzuhören. Warten, nichts zu tun. Er dreht sich wieder zu dir, aber du kommst, um die weiße Esse zu finden, wie alle anderen auch. Knaben mit glatten Wangen und kühnen Träumen, Mädchen mit bunten Bändern an ihren Schwertscheinen. Seine Stimme hebt und senkt sich. Ein singsam des Spots. Oder auch alte Männer und Frauen, die noch ein letztes Mal nach Hum und Ehre jagen, ehe sie ausgelöscht werden und wieder ins Rad zurückkehren. Klingt das vertraut? Sein Lächel ist starr, als er dich anblickt. Seine Augenwinkel zucken. Du hast das alles wohl schon öfter gesagt, nehme ich an. Ich strebe mir lieber nach Großen, als im Schatten zu verwelken. Das klingt verbittert. Vielleicht sollte ich dich dasselbe fragen. Es ist eine ganz gewöhnliche Aufgabe. Nehmen wir mal die zwei. Etwas Leidenschaftliches. Bazo, kühl, wenn man bedenkt, dass du meine Hilfe willst. Ein feiniges Gesicht beilt sich zornig zusammen. Ich habe diese Unterhaltung mit jedem einzelnen, sturköpfigen, mächtigen Abenteuer geführt, den diese Posten Nagos in Storward herschicken. Posten Nagos sind Idioten. Geh zu Galvino, sagen sie. Surely, er hilft dir bestimmt. Hm, du musst ihr minden, wie ein besonderer Freund du bist. Bei ihrem schwachen Verstand ist ihnen wohl entfallen, was für ein vielbeschäftigter und wichtiger Kerl du bist. In dem Schweigen, das folgt, scheint die Temperaturen im Zimmer zu wallen. Galvino blickt sie zornig an. Ich hätte sie nicht steinigen lassen sollen. Das hätte ein erloses Gemecker für immer verstummen lassen. Die herabhängende Haut unter seinem Hals zittert. Dann hättest du nicht, dass dieser halbe, frohene Inzuchtbruder als Gesellschaft. Konzentration bitte. Ulrich sagte, du könntest mir helfen. Mestre Galvino, ich wäre für eure Hilfe wirklich dankbar. Bitte. Du bist aufgebracht. Es gibt böses Blut zwischen dir und Storward, nehme ich an. Ich habe mal lächer, Alter. Na, ich wusste, dass du mir nichts Lustiges sagen kannst. Sind wir mal höflich und nehmen die zwei. Natürlich wärst du das. Ohne mich wären hier doch alle aufgeschmissen. Ich, er bricht plötzlich überrascht ab. Galvino hält inne und ab mit tief durch. Er verschränkt die Hände und neigt den Kopf. Sie und Tere. Es ist lange her, dass mich jemand so angeredet hat. Er räuspert sich, bevor er weiterspricht. Die Burfbewohner und ihre Abenteuer hämmern und kratzen an der Batterie, als würden sie die Festung von irgendeinem fauligen Fürsten belagern. Er widelt mit der Hand vor seinem Gesicht herum. Aber diese Steine wurden von einigen der besten Mauen hergelegt, die je gelebt haben. Jünger Abidons im wahren Sinne. Die Mauern werden nicht durch den Willen von Gestandenen fallen und die Tür erst. Sie ist mit lebender Essenz getränkt. Er hält seine Hände vor sich, die Augen vor Begeisterung weit offen. Und Willi gelangt mal in die Festung und kommt schon zum Punkt. Deswegen sind die Zwerge also verschwunden. Sie haben sich aus ihrer eigenen Festung ausgesperrt. Nehmen wir mal die drei. Schaudere, ich meine es völlig ernst. Er schüttelt den Kopf, aber seine Augen blitzen und amüsiert auf. Die Parkgrunnen von Dürgans Batterie sind in ihrer eigenen Festung verendet. Opfer eines gewaltigen Streits unter ihren eigenen Kommandanten. Sein Mund verzieht sich zu einem bösartigen Grinchen. Du hast ihm doch doch gewiss auch schon Geschichten gehört. Von verschwundenen Karawanen, von Spuren im Schnee, von Schreien aus den hohen Türmen. Er hält ihn und beobachtet deine Miene mit der Leidenschaft eines Erzählers. Nun sprich weiter. Bisher gefällt mir diese Geschichte. Das Werk von Geistern, die noch in der Batterie gefangen sind. Und ein Zeugnis dieser uneinnehmbaren Mauern. Er klopft auf den gemörtelten Stein seines eigenen Heims. Aber die Tür der Festung, die von dem Parkgrunnen mit Essenz gefüllt wurde. Sie hört zu, sie erkennt ihren Meister. Und weiter. Die traditionellen Aptapo-Kulturen drehten sich um die Sprache. Worte offenbarten, wer sie waren und woher sie kamen. Eine interessante Tradition. Ich könnte anfangen, alle in Versform vorzustellen. Deswegen brauchst du ein Festungslied. Er hält einen zuckenden Finger in die Höhe. Was für ein Lied ist das? Manche nennen es ein Gedicht, andere eine Hymne. In Wahrheit ist es mehr als das. Er streckt eine Hand aus und wiegt sie hin und her. Ein solches Lied ist eine Zweckerklärung, eine Identitätserklärung. Jede Festung hat ein eigenes solches Lied. Ha, versiegle deine Tür mit deinem Schlüssel aus Worten und jeder Lügner kann sich hineinplaudern. Alles, was aus Worten gebaut ist, zerbricht schon beim geringsten Druck. Um eine Festung wie Durgans Batterie zu betreten, musst du dich vor das Tor stellen und ihr Lied rezitieren. Er breitet mit strammem Gesicht die Arme aus. Also gut, wo kann ich dieses Lied lernen, faszinieren? Was für eine unglaubliche Tradition. Vielen Dank, das ist sehr interessant. Diese Geschichte interessiert mich nicht. Ich will nur wissen, wie ich in Durgans Batterie gelange. Nehmen wir mal die drei. Versus, ein Jammer, dass die Postenagos hier diese Ligans nicht zu schätzen wissen. Um das Lied zu lernen, musst du mit einem der Zwerge aus Durgans Batterie sprechen. Ein Jammer, dass sie alle tot sind, was? Er reibt die Hände zusammen und schreitet auf und ab. Aber ihre Seelen leben gewiss in ein oder zwei Bewohnern von Stalwart weiter, wie guter Wein, der in einen billigen Topf gegossen wurde. Seine Lippen käuseln sich angewidert. Er hebt einen Finger Richtung Decke und wackelt hin und her, aber sie zu identifizieren, das ist das erste Problem. Du wirst die Fähigkeiten des Beseelers benötigen. Du bist ein Beseeler, ich bin eine... Ich bin Wächterin. Also ich habe genommen, ich bin eine Wächterin. Die Kohlenfrau dreht ihren Kopf scharf in deine Richtung. Ihr Gesicht und die Glasaugen dahinter zeigen keine Emotionen. Es scheint, als würde sie dich genau mustern. Wächterin, diversus. Wenn das stimmt, dann könntest du gewiss einen Seelen nachfahren aus Durgans Batterie finden. Aber das größere Problem besteht weiter. Galvano reibt sich die eingefallenen Wangen. Du müsstest das Lied von der schlafenden Seele lernen und dazu müsstest du sie erwecken. Aber diese Erweckung wäre unwiderruflich, nicht wahr? Oh, ja. Wer, der du erweckenst, wird mit den Erinnerungen und der Persönlichkeit der Vergangenheit leben. Die Person, die du erweckst, wird mit den Erinnerungen und der Persönlichkeit deines vergangenen Lebens leben. Vielleicht friedlich, vielleicht aber auch nicht. Erzuckt mit den knochigen Schultern. Deswegen musst du Acht geben, welche Seele du erwecken würdest. Jemandes aufzubürden, das ist monumental. Aber genau diese Leute sind es doch, die die Weiße Esse wiedererwecken wollen, Verus. Ich bin ja auch erweckt. Ich bin eine Wächterin. Er nimmt seine Brille ab und putzt diese schmutzigen Gläser mit seinem Wams. Jemanden erwecken, wie stelle ich das an? Bei einer Erweckung wird einfach nur eine schlafende Seele wachgerüttelt, zurück ins Bewusstsein. Er führt mit seinen Händen eine Geste wie eine Explosion aus, die Finger weit gespreizt. Vergewöhnlich passiert so etwas, weil die Person an ein früheres Leben erinnert wurde, oft gewaltsam. Er schlägt mit überraschender Kraft auf seine Werkbank. Alof zog zusammen. Um einen der ehemaligen Zwerge aus Dürgans Batterie zu erwecken, musst du also diese Seele ansprechen. Am besten mit ihrem Namen. Er verschränkt die Hände. Aber sei vorsichtig. Wenn du diese Seele untersuchst oder was auch immer ihr Wächter tut, siehst du vielleicht Bilder, Erinnerungen. Er lehnt sich vor, den Rücken gebeugt. Ich würde eigentlich Watcher in dem Fall mit Beobachter eher übersetzen als mit Wächter. Nur Wächter klingt halt ein bisschen epischer. Weil eigentlich beobachtet man ja nur die Seele. Mit Wächter hat das nicht viel zu tun. Es gibt Augenblicke von besonderer Bedeutung. Was du siehst, wird dir viel über die Person sagen. Vielleicht auch über den Zuschauer, in dem sie erweckt werden. Er hebt seinen buschigen Augenbau und neigt den Kopf nach hinten. Er wecke sie aus seiner traumatischen Erinnerung. Wer weiß, vielleicht dürstet es sie nach Blut. Oder vielleicht erweckst du jemand anderen. Er lacht wieder. Du verstehst die Konsequenzen einer Erweckung besser als jeder andere, Talisa. Aber der Vorgang hat auch seinen Nutzen. Sag gerade Alov. Hier, das ist auf die Äon von Dürgans Batterie gestimmt. Verwende es in der Nähe eines Dorfbewohns und sagt dir, ob seine Seele alt genug ist, um aus der Batterie zu kommen. Da kam dein merkwürdiges Gerät hervor. Verwende es in der Nähe eines Dorfbewohns und sagt dir, ob seine Seele alt genug ist.